Bruder muss los Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen Der nächste war Peter der Killer hat noch ein Level eingesendet Schauen wir mal da rein Okay, PK1 9HV Und D0G Okay, nice Schauen wir mal rein Was hat er da so schönes gemacht Throw Level 2 1.0 Update 38 Sekunden ist der Weltrekord Okay Das ist aber Kann man auf jeden Fall kurz gestalten Das Level So So Reiche das Ziel ohne getroffen zu werden Okay Machen wir Hier wird er wieder bestimmt irgendwo einen Pilz versteckt haben oder so Oder eine Ranke Ja Fast wie das letzte Hier müsste dann der Pilz sein Der Schlüssel So Und eine Blume sogar Überaus freundlich Vielleicht ist die Blume Schlecht für mich Aber Wir schauen einfach mal Wir schauen einfach mal Das ist auf jeden Fall sehr ähnlich zu dem letzten Und Joes Hi Grüß dich Willkommen Freut mich Dass du einschaltest Okay Wir bekommen hier direkt noch einen Schlüssel Das ist schon sehr ähnlich Ist das wirklich ein Update Oder ist das ein Prinzip das gleiche Hier gibt es tatsächlich Warte wir schauen mal Wir schauen mal nach Es sind bestimmt alles drei Todestüren oder Nö Wir haben die richtige gefunden Nice Und ein Stern Okay Achso Stimmt Wir sollten ja ohne getroffen zu werden Oh Ich bin so doof Ich habe komplett vergessen Dass man ohne getroffen zu werden Dass man nicht getroffen werden darf So Okay Wo war das Ding hier nochmal Hier Zack Zack Gönnung Okay Diesmal bitte ohne getroffen zu werden Das war einfach nur doof von mir Ich habe irgendwie Komplett verpeilt Und Riccardo Willkommen im Stream Schön dass du einschaltest Mann ich freue mich auf jeden Mann Freue ich mich auf den Stream Dankeschön Aber Der wird auch gar nicht mehr So lange gehen Zack 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 War diese Tür mal nicht Aber schön dass du einschaltest Freut mich auf jeden Fall Sehr Okay Hier mal ein bisschen Beeilung jetzt Zack Und Gibt es hier irgendwas Was mich direkt versucht aufzuhalten Letztes Mal war es hier unten Die Tür Ist es die wieder Bestimmt oder Gehe ich mal jetzt von außen Und ja Tatsächlich Geschafft Nice Ein dummer Fehler von mir Sonst hätten wir das Im First Try geschafft Und du kriegst hier ein Like Und dann Finden wir So Dann schauen wir Ich versuche nochmal von 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 Lars Das Level Der hatte das doch eingesendet Bye Alles klar Mach's gut Batterie lässt nach Solange die Batterie Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal